Hallo zurück bei Switcher 3 Wir spielen heute weiter im Stream das Live-Let's Play Und ja, wir haben das letzte Mal schon ein bisschen angefangen, aber leider, dass ich ein bisschen eine Minute oder zwei zu spät bin Aber ich denke mal, das ist heute nicht so tragisch Ähm, wird gleich losgehen. Wir haben jetzt unsere Mission erhalten, dass wir uns um den Gehalte kümmern sollen Jetzt pflücken wir mal ein paar Blümchen hier Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ein bisschen was über die, ähm, über die Alchemie hier zu lernen Allerdings konnte ich das so kurzfristig bis jetzt leider noch nicht schaffen Aber das kommt alles noch. Das kann man hier bei dem Quartiermeister Losung? Keine Ahnung Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler Das Schafott Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort Hahaha, im Scherzen bist du gut Und im Feilschen? Kannst du das auch? Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion! Oder einer, der Ärger machen will Ich bin nur neugierig Na schön, du kannst nur sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist Wie alle wissen und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben Apropos Bist du hier um was zu kaufen? Äh, eigentlich nicht So, dann können wir ja eigentlich mal weiter gehen Bis dann Ups, das war einmal die falsche Kost Hab ich jetzt mitgenommen oder nicht? Was soll das? Okay, wir wollten jetzt natürlich keine Wache angreifen Ähm, ja Lass uns doch erstmal ein bisschen weiter gehen Lass mal wieder zurecht kommen hier Gut Was ist jetzt los? Ah ja Schnellreisen Funktion Bin ich wie gesagt kein großer Fan davon Das machen wir jetzt nicht Ich hasse das, wenn ich bei Schnellreisen die Gefahr laufe, irgendwas unterwegs zu verpassen Das kann ich mir einfach nicht geben Ich will mir was sagen, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate warten Ich hoffe nicht Dass das richtig ist So Wir könnten natürlich eigentlich Können wir hier irgendwas sehen Machen Oder so Das sind Tiere, die wir da glaube ich sehen Was da diese, wie so eine Art Schallwellen verbreitet Ich würde mal interessieren Nee, das würde ich jetzt eigentlich nicht Ja, das war nicht so gut Ich wollte eigentlich gerade mal schauen, wie man Alchemie überhaupt betreiben kann Aber Das machen wir dann beim nächsten Mal Drei Wache Das ist halt bei einem Namen Nee So Alles mitnehmen Was haben wir hier? Ein Fass Was wahrscheinlich auch wieder explodieren kann Ja bitte Was ist passiert? Monster 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 aus dem Sumpf Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist Aber ich wollte nicht hören Das habe ich nur davon Weniger Gejammer Mehr Informationen Was ist passiert Und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst Hexerkodex und so Hm Also Ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln Plötzlich ging mein Pferd durch und kaloppierte vom Weg ab Wir haben einen Baumstumpf getroffen Ich flog runter Und Pferd und Wagen rasten weiter Dann hörte ich Geblubber Gewirr Geschlürfe Etwas kam aus dem Morast Und verschlang den Gaul mit Huf und Haar Okay, dann muss etwas Großes gewesen sein Meine Wagen sind bestimmt noch im Wagen Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen Könntest du vielleicht Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig Bring sie mir Ich flehe dich an Eine kleine Schachtel, das kriegen wir hin Und was kriege ich dafür eigentlich? Gut, ich gehe Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid So Dann müssen wir doch mal Erstmal die Quest ändern Das haben wir gerade gemacht So wie es im Tutorial stand Mit dem rechten Stick Hier soll das passiert sein Oder was? Wagenspuren Sie führen in den Sumpf Na dann gucken wir auch mal in den Sumpf Was haben wir hier? Altes Bärenfell, ok Ich höre etwas Ich höre etwas Hm Weiß ist es nicht wahr, aber Gucken wir doch mal weiter Was ist das denn? Ach das kann man ja wieder zum Explodieren bringen Wieso Fässer? Da ist der Wagen Den Wagen haben wir schon mal Ist ja schon mal gut Fell eines weißen Wolfs, ne? Das klingt doch wertvoll Alkohol Alkohäst Ok, was das auch immer sein mag Bärenfett Blumen Blumen sind immer gut Wolfsbein Wartet mal Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt Interessant Ich sollte mich umsuchen Das klingt eigentlich erstmal nicht nach Monster Ein Pfeil Den hat er nicht erwähnt Ich wollte gerade sagen, den hat er nicht erwähnt Das klingt doch ein bisschen nach Falle, oder? Erdzugwasser Dunkeleisenherz Der Wagen ist mit Pfeilen gespielt Das freu ich nicht Wollte eigentlich noch gucken, ob er noch was liegt Irgendwie Ah das Ich glaub Äh Silberschwert war mit der Tasse nach rechts Ok Ok Schauen wir doch mal was hier ist Direkt ins Genick Guter Schuss Da muss man gut zählen können Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt Ich würde doch eher auf zweiteres tippen Ok Irgendwas bewegt sich hier Was haben wir hier? Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat Mit Blut bespritzt Menschenblut Hm Wir sind Vertrunkene Die versuchen uns gerade ein bisschen einzukreisen, habe ich das Gefühl Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor denen Ich weiß gerade so viele waren und ich spiele ja doch auf einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad und habe keine Ahnung Was ist das hier? Ok Vergiftet Gaswolken in Sumpfgebieten sind giftig, sei vorsichtig Gut zu wissen Dann gehen wir doch mal hier raus Gaswolken lassen sich entzünden Ok Gut zu wissen So, wir gehen jetzt erstmal wieder wegstecken Nieswurzblütenblätter Haben wir jetzt gefunden Das gehört Wie ein Bär oder sowas Aber egal Hallo Beef Dragonslayer Tja, wir haben seinen Auftrag, wenn sie wieder füllt, auch wenn er uns angelogen hat, aber wir fragen doch erstmal Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht Mit einem Pfeil im Hals Und der hat oben auf den Rücken Ähm Den möchte ich eigentlich nicht glauben Hinter mir ist nichts Ich bin ein Hexer, ich hätte es gehört Wie ich dein Herz höre, das klopft Wie das eines Lügners Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst Ähm Also jetzt für meinen Kabelanbieter Mein Kabelanbieter Also eigentlich habe ich eine 100 Megabit Leitung Also an der soll es eigentlich nicht liegen, wenn es hier ein bisschen hakt Ok, der versucht jetzt wegzukommen Wir sitzen mal auf Hoffen wir mal, dass wir ihm folgen können Warum folgen wir jetzt nicht automatisch? Uiuiui Der ist schneller als ich, habe ich das Gefühl Aber nicht mehr lange Ja So, den haben wir erwischt, wie es aussieht Ich muss ihn hier wegbringen Warum? Wach auf Vor der Wahrheit kannst du nicht davon laufen Nicht mal davon reiten Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Gerner Sechste Temerische Division Zweites Regiment Entlassen Aber noch aktiv Im Untergrund In den Wäldern Das war ein Medikamententransport Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht Das Medikament Unsere Jungs können das auch gebrauchen Wir haben viele Kranke Jetzt lassen wir die Temerer lieber unterstoßen Können sie vielleicht Und können für einen freien Norden kämpfen Ich hoffe, dass ich noch viel, viel Zeit in dem Spiel vor mir habe Bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut Vor allen Dingen, weil man hier so viele verschiedene Möglichkeiten hat Hm Ich weiß nicht Also eigentlich hat er schließlich jemanden umgebracht Der wollte nur Medikamente und Wegbringen Es ist aber letzten Endes Krieg Und wir müssen uns glaube ich Früher oder später trotzdem für eine Seite entscheiden Aber andererseits Jetzt sind wir ja ein Hexer Und sollten eigentlich so neutral wie möglich bleiben Finde ich Ähm Ich Scheiße Ne Ich streame bei 720p Aufnehmen mache ich 1080p Das Streamen kann ich leider nicht höher stellen Aus dem einfachen Grund Ähm Ja Das Programm, das ich nutze, lässt das nicht zu In der Demo-Version Sorry So Du kannst gehen Aber das Medikament behalte ich Das wäre natürlich die neutralste Lösung, sag ich mal Aber weißt du, weißt du was Ich unterstütze ihn In der Hoffnung, dass er mich nicht anschwindelt Verdammt Egal Ich, ich stehe zu den Temerern Bitte Geh Du und deine Kameraden Die sich in den Büschen verstecken Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich Du hast einen üblen Humor Aber du bist anständig Hier Das versprochene Gold Verwende es klug Trink auf die silbernen Lilien Und auf Volltests andenken Jetzt sind wir natürlich ein bisschen von unserem Weg, glaube ich, abgekommen Äh Ist das unser Platz? Ne Gut Wir gehen nochmal weiter Ich denke mal, wir haben die richtige Entscheidung getroffen Und wenn nicht Dann halt nicht Was verstehst du nicht? Ist Verbindung wieder so schlecht? Ich glaube Twitch belohnt ein bisschen auch die Leute, die absichtlich Werbung schalten, glaube ich Dazu gehöre ich noch nicht Dafür sind einfach im Moment noch ein bisschen zu wenig Zuschauer Ich glaube das würde sich noch nicht lohnen Ich werde jetzt im Moment Ich will erstmal noch ein bisschen So streamen und mich noch ein bisschen ausprobieren Bevor ich hier irgendwann mal Offiziell live gehe, sage ich mal Oder was meinst du, was du nicht verstehst? Kann ja nicht ganz folgen Ich kann Gesundheit nicht regenerieren Geht leider nicht aus dem einfachen Grund Ich spiele auf den zweitösten Schwierigkeitsgrad Clevererweise Und da gewinnt man durch Meditieren, wie ich gelesen habe Keine Gesundheit dazu Okay Okay